In einer Welt der begrenzten Ressourcen muss man das nutzen, was bereits da ist. Vor allem dann, wenn die Ressource, die wir wollen, sagen wir mal, sehr rar ist. Die Ressource, über die ich hier spreche, deren Wert hat man spätestens erkannt, denn man dachte sehr lange, es gibt wohl unendliche Vorkommen, Sand. Aber Sand ist nicht gleich Sand. Und ich weiß, dass ihr darüber jetzt bestimmt nicht gerade staunen wollt. Doch was für den einen erscheint wie Dreck, das ist für den anderen braunes Gold. Das weiß auch die GWM Sand. Und sie hat auch gesehen, dass beim Bau und Verlegen von Leitungen viel Sand verbaut wird, währenddessen der Aushub der Gruben bislang einfach ungenutzt verstaut wird. Und das verstopft Deponien und verspendet Ressourcen, doch bisher gab es keinen anderen Weg. Bis die GWM sagte, das glauben wir nicht und dann zeigte, dass es doch anders geht. Mit einem brandneuen Verfahren, das der Umwelt schmeichelt, Verschwendung vermeidet, Kosten verkleinert, weil man den Aushub halt einfach recycelt und am Ende die Nutzung von Sand deutlich einspart. Gar nicht mal so wenig. Ganze 4,4 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das Beste ist, dieses Projekt und Verfahren ist bundesweit übertragbar. Das GWM Sand Projekt zeigt, dass es lohnend ist, nicht immer die alten Wege zu gehen. Denn wenn man genau hinschaut, kann man sie sehen. Die nachhaltigen Synergien.